Hans-Karl Otto Deppe war ein deutscher Schauspieler, Filmregisseur und Filmproduzent. Leben und Arbeit Hans Deppe, Sohn des Expedienten Otto Deppe, absolvierte eine kaufmännische Lehre und begann danach 1914 eine Ausbildung am Wiener Max-Reinhardt-Seminer. 1918 ging er nach Berlin, wo er am Königlichen Schauspielhaus volontierte und von 1921 bis 1928 als Charakterdarsteller an Max-Reinhards deutschem Theater engagiert war. Er versuchte sich auch als Regisseur und erregte 1928 durch seine Inszenierung von Peter Martin Lampels Revolte im Erziehungsheim einiges aufsehen. Gemeinsam mit Werner Fink und Rudolf Platte gründete er anschließend das Kabarett, die Katakombe. Sein Filmdebüt gab er in Lupu Pix 1931 gedrehtem Film Gassenhauer. Nebenrollen in erfolgreichen Filmen wie Phil Jutzis Berlin, Alexander Platz und Ein blonder Traum folgten. Hans Deppes erster selbst inszenierter Kinofilm war im Jahr 1934 die Theodor-Stompfer-Filmung der Schimmelreiter, in dem er gemeinsam mit Kurt Oertel Regie führte. Obwohl die beiden Regisseure das Gespenstische der Vorlage durch eine Dramatik ersetzten, die den Film in gewisse Nähe zur Blut- und Bodenideologie rückt, blieb der Schimmelreiter Deppes formal interessantester und bester Film, der auch von der Filmprüfstelle mit dem Prädikat »Künstlerisch besonders wertvoll« ausgezeichnet wurde. Bis 1945 drehte er 30 weitere Filme, meist Komödien, Liebes- und Heimatfilme, die »Wie Schloss Hubertus«, »Scheidungsreise«, »Gefährlicher Frühling« und »Der Majoratsher« gelegentlich das Prädikat »Künstlerisch«, beziehungsweise »Künstlerisch wertvoll« erhielten. Deppes bevorzugte Hauptdarsteller, die er in vielen seiner Filme einsetzte, waren Hansi Knotek und Paul Richter. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges fasste Hans Deppe als Regisseur schnell wieder Fuß. In den 1950er Jahren inszenierte er einige der Klassiker des deutschen Heimatfilms, wie »Schwarzwaldmädel«, »Grün ist die Heide«, »Ferien vom Ich«, »Heideschulmeister« Uwe Carsten, »Der Pfarrer von Kirchfeld« und »Wenn die Alpenrosen blühen«. 1953 verhalf er der jungen Romy Schneider in »Wenn der Weiße Flieder« wieder blüht« zu ihrem Filmdebüt. Von 1952 bis 1957 war er mit seiner Berliner H.D.-Film mehrmals zugleich Produzent seiner Filme. Sein vorletzter Kinofilm »Robert und Bertram« war eine freie Neuverfilmung von Hans H. Zerletts antisemitischem gleichnamigem Filmlustspiel als zeittypischer Schlager- und Heimatfilm ohne antisemitische Elemente. In den 1960er Jahren arbeitete Hans Deppe wieder als Darsteller und wirkte in zahlreichen Fernsehproduktionen mit. Deppes privates Interesse, so berichtete der Schauspieler Charles Regnier in einem Gespräch 1999 galt der Kunst des Puppentheaters. Kay weniger bemerkte, der einstige politische Kabarettist habe es wie kein anderer Regisseur der Adenauer-Ära vermocht, die realen Probleme der frühen Nachkriegsjahre aus seinen Filmen konsequent zu verbannen und stattdessen Scheinprobleme zu kreieren.